Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmators 2 in Nebel von Ravenwood. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Und Fugelchen guckt uns immer noch Fugel an. Recht laut. Ich werde aber gleich leider machen. So, Sound leiser machen. Ganz klar. Okay. Mitnehmen. Ich traue dem Kerl jetzt nicht so wirklich. Aber unser Charakter tut jetzt also... Was soll schon schief gehen, ne? Aber auch hier achten wir jetzt einfach mal darauf, ob sich irgendwas verändert. Aber wie gesagt, damals hatte ich ja das Problem, dass ich irgendwas voll mir am Anfang übersehen hatte. Das Problem ist, dass sie sich halt auch grad nichts, ne? Hier? Ich meine irgendwo müsste hier was sein. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Okay, das war einfach nur ne Echse. so. So. Ne Hand. Hier wurde jemand begraben, und zwar bei lebendigem Leibe. Woher weiß sie das? Woher weiß sie das? Woher weiß sie das? Wo weiß sie das? Das wäre jetzt erstmal so die ganze guckste Frage. Woher weiß sie das? Kann doch sein, dass einfach nur jemand in der Hand da reingepackt hat. Ja, stimmt. Warte mal. Drittleiter. Nur die Anhänger, das meiste dürfen passieren. Okay, wir brauchen erst ein Mittel dafür. Und da kann das eine hin. Hm. Ist there anything you'd like to ask me? Ne, ne. So, eigentlich schon, aber... Ich frage mich halt, mit was für einem Mittel... ...wir das sauber machen wollen. Hm. Ja. Okay. Okay, so geht's auch. Ich dachte, man müsste das jetzt irgendwie sauber machen. Ich weiß, was der Prisner spoke of. Ich sollte die Runes in der Code er mir folgen. Ich weiß, was der Prisner spoke of. Da ist ein Mütterling. Diese Illusionsobjekte sehe ich aber herzlich wenig. So hoch, um dort hinaus zu kommen. Okay. Hier ist eine Münze. Okay. 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 Ich frage mich halt, wo dieses andere Wimmelbild Spiel sein soll. Okay. Okay. Hier ist es ja nicht, ne? Okay. 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 Ein paar Bilder. Das sind Minispieler. Hier Wimmelbild sehen, hätten wir auch noch nicht. Das sind also keine Szenen. Okay. Gehen wir einmal hier runter. Lecker! Wer ist MR? Weiß ich nicht. Wie will ich das wissen? Das ist wohl der Keller der Toten. Illusionsobjekt? Irgendwo? Also ich frage mich echt, wo diese letzten Illusionsobjekte sein sollen. Aber hier in den ganzen Szenen sind keiner. Wir haben glaube ich gerade mal ein oder zwei entdeckt. Warte, wie viele gibt's? Ne, das sind ein paar Bilder. Hier. Zwei von 15. Ne, 12 von 30. 30 Bilder. Prost Barzeit. Ne, da werden wir was übersehen. Komm, ich halte es später nochmal wieder. Alter, Brust ohne Sehne. Ich weiß, hier waren wir schon. Alter, Brust ohne Sehne. Was ist das strange Light Phenomenon? Es ist nicht die erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Es war die Fograven-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer-Fahrer. Und das Park. Es sieht... ...desertiert? So. Hier ist ein Illusions-Objekt. Wir haben zumindest die drei... Äh, die 30, genau. Die drei schon. Da ist auch noch eins. Oh. Geil. Nur gleich... ...wei Stück. Wie das alles jetzt einfach mal so verändert aussieht. Hier ist noch was, da ist noch was. Geil. Es wird. Äh, sei beim Museum Holzarbeit. Hier ist noch eine Kordel. Das hatten wir ja vorhin, äh, beim letzten Mal alles gelesen. Äh, ne, okay, das ist genau das gleiche. Da kann die sonst nichts weiter mitmachen. Das Souvenirladen. Er sieht anders aus als zuvor, was ist passiert. Gute Frage. Ich muss schauen. Ich muss schauen. Was hat passiert? Nichts. Was. Ich erinnere mich nicht. Ich muss einen Knapp hatten. Nichts. Ich bin hier für eine lange Zeit. Ich muss schauen. Wenn etwas passiert, ich muss... Ich mag die Zöne. Es gab so viele von ihnen hier. Ich mag die Zöne. Ich mag die Zöne. Und collecting Dinge. Du wirst wunderschön. Ich habe mich angeschaut. Wie viele wunderschöne Dinge kann ich finden. Ich nicht erinnere mich, wie lange. Ich erinnere mich nicht, warum. Aber ich muss schauen. Hier, schau' dich an das. Ich habe es alles gefunden, kurz vor. Okay. Das Gebäude kämpfen wir sogar. Das Gebäude kämpfen wir sogar. Okay. Rieh das irgendwie auf? Nee. Schade. Okay. Großes Beweisstück. Okay. Verschossen. Und ich weiß nicht, wie ich das öffnen kann. Nee, nicht wirklich. So, hier hatten wir ja auch zwei gefunden. Oh. Hi, Mr. Petz. Mr. Petz ist wohl nicht ganz so erpicht darauf. So, ist hier noch irgendwo ein Illusionsobjekt? Nein. Nein. Okay. So, ohne Bolzen nutzlos. Was, wir brauchen irgendwo Bolzen. Naja. You mentioned the name Asmodai in the story you started telling me. Did you say archdemon? Who is it? How come you know all this? Perennial Sophia, Detective. I'm an old man. According to ancient beliefs, Asmodei is the king of demons. A fearsome and most powerful being. The essence of evil. The wielder of corruption. But it's just mythology. Demons don't exist in this world. And monsters like the one you saw don't either? There may be more truth in the old legends and beliefs than you think. Asmodei. Soon you will learn how deep the bond between him and our enemy is. Okay. Gut. Und das werden wir aber erst beim nächsten Mal herausfinden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst ihn doch gerne einen Daumen nach oben da. Anders, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Spielwünsche oder sonstiges, lasst es gerne in den Kommentaren da. Ihr könnt auch gerne in meinen Twitch-Streams gerne mal reinschauen. Ist alles in der Endcard verlinkt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mais ich habe eine Leid. Musik Musik